Hallo Leute, ich möchte euch heute mal meine Kollegen vorstellen, ohne die bei Happy Dog nichts laufen würde. Aber wie jeden Morgen muss ich erstmal an Brutus und Hector vorbei. Na Jungs, alles klar? Was? Keine Vorkommnisse. Prima, na dann mal los. Oh, ist das heiß. Hab ich den Herd ausgemacht? Ah, nettes Plätzchen hier. Kann's losgehen? Seid ihr bereit? Kamera läuft. Also, passt auf. Da wäre zum Beispiel Kenzie. Kenzie ist eine sehr gewissenhafte Hundedame. Sie tritt unter anderem auf den Plan, wenn ihr Herrchen mal wieder vergessen hat, eine wichtige E-Mail abzusenden. Wen haben wir noch? Ach ja, darf ich vorstellen? Rudi. Rudi sieht immer nach dem Rechten. Ist alles an seinem Platz? Läuft alles in der Produktion? Alles gut. Bei so viel Einsatz darf man sich natürlich auch ein Leckerli gönnen. Und danach was Gesundes. Der Happy Dog Werksverkauf ist das Revier von Anton. Jeden Tag werden von ihm alle Produkte auf Herz und Nieren überprüft. Nettes Wortspiel. Qualitätscheck? Alles vollständig? Bei so harter Arbeit kann es natürlich aus Versehen mal passieren, dass ein Schmankerl aus dem Regal fällt und dann im Hundekörbchen landet. Äh, hat hoffentlich keiner gesehen. Jetzt aber an die Arbeit und bloß nichts anmerken lassen. Die quatschen schon wieder. Und wir machen die ganze Arbeit. Und hier haben wir... Ähm, ja ich weiß. Cleo. Cleo sorgt für Abwechslung in wichtigen Meetings der Menschen. Und lockert diese auf ihre ganz persönliche Art und Weise auf. Location-Suche für den Mittagsspaziergang und gefunden. Damit ihre Besitzerin auch ein bisschen Bewegung nach dem anstrengenden Meeting bekommt. Und dann wäre da noch Damon. Er hat den entspanntesten Job von uns und lässt sich gerne ewig lang streicheln. Nun, das tut ihm gut und auch seinem Frauchen nach einem langen Arbeitstag. Apropos langer Arbeitstag. Ich habe noch ein bisschen was zu tun. Sind wir fertig? Alles im Kasten? Jep. Prima. Na dann bin ich happy.